Was ein Game, 4-3 am 18. Spieltag, Rückrunde startet insane, viele, viele Tore, zwei Buden von Darmstadt, ein Tor von sieben, zwei Vorlagen von Salazar, eine Vorlage von Bister, Lars mit dem eigenen Tor, Keller nochmal mit dem Tor, der hat es nochmal gerettet und der FC hatte sogar eine rote Karte, aber auch erst am Ende, eine 89. Minute, hatte keine Auswirkungen, wir hatten 12 zu 3 Torschüssen, also Chancen, nicht Torschüsse. Was ein Game zum Auftakt der Rückrunde, cool, sehr nice. Wir haben wieder gewonnen, 3 Punkte ran, Leverkusen hat verloren, die Bayern haben unentschieden gespielt und auch Dortmund hat verloren, das heißt wir sind auf alle oben irgendwie so ein bisschen rangekommen. 3 Punkte nur noch weg vom 4. Platz, Darmstadt, Matondo, Bahadubista, Salazar in der Mannschaft der Woche, Darmstadt bei den besten Torschützen dabei, drittbeste Mannschaft gewesen und Sieb jetzt mit 8 Toren auf Platz 10. Er hat gegen Bayern und jetzt sehr, sehr gut gespielt. Hoffentlich, vielleicht ist am Ende der Saison das 9-Sterne-Talent drin, habe ich schon lange nicht mehr bei einem Torwart gesehen. Geile Scheiße, 19. Spieltag, 5-1 gegen Stuttgart. Gegentor muss natürlich wieder sein, aber Salazar hier mit Doppelpack und einer Vorlage, Bale genau andersrum, nochmal 1,0. Letzte Saison muss er nochmal aufdrehen für sich selber und Kopic freut mich mega mit 2 Buden und einer Vorlage. Das ist wichtig für unseren jungen Serbisch, wie sagt man, Serbisch-Portugiesen? Irgendwie so, auf jeden Fall, nicer Dude, 2 Buden gemacht. Heißt für uns, 5. Platz, Chancenverwertung ist okay, denke ich. Hauptsache wir sind international. Salazar, Mannschaft der Woche, darf er jetzt endlich wieder spielen. Bale, genauso mit dabei. Salazar unter den besten Torschützen. Also, wenn der jetzt so weitermacht, wo er aufgehört hat, bevor er jetzt so lange gesperrt war, dann bin ich da schon absolut zufrieden. Kopic auch mit dabei. 5 beste Mannschaft gewesen. Sieb, leider heute nicht getroffen, aber wir kriegen jetzt, ne, die anderen kommen auch langsam so ein bisschen. Ich meine, Gnabry wird, glaube ich, eh niemand einholen können. Der trifft bei den Bayern momentan einfach nur insane krass. Unfairste Mannschaft sind wir nicht mehr. Hamburg hat es uns überholt, aber wir sind trotzdem immer noch sehr, sehr weit vorne. Trotz perfekter Disziplin. Aber trotzdem, geiler Spieltag. Derby verloren, aber Dortmund ist auch momentan einfach nur insane krank unterwegs. Muss man einfach dazu sagen, unsere Defensive hat alles versucht, ne, Mallow gerade und Portlach, ne, sehr gut unterwegs gewesen. Jason, Amelovic, sehr gut auch gewesen. Ja, und Dortmund ist halt eine super spielstarke Mannschaft. Für uns bedeutet das, Wolfsburg hat gewonnen, kommt wieder ein bisschen ran, ist jetzt 4 Punkte hinter uns. Wir sind aber immer noch 6 Punkte weg vom 4., ne, weil die da auch gepatzt haben. Das ist auch vollkommen fein für uns. Und Dortmund kann man halt verlieren. Ist okay. Auch wenn wir Schalke sind und gegen Dortmund einfach gewinnen wollen, ne, prinzipmäßig schon. Aber ich denke, es ist schon okay. Also, wir brauchen jetzt nicht unbedingt in dieser Saison gegen Dortmund zu gewinnen. Gerade, wo die halt so eine übelste Strähne gerade haben, ne. Die sind jetzt auch Erster mittlerweile. Das ist okay als Spieltag. Kann man auf jeden Fall machen. 3-0 gewonnen. Sehr, sehr schön. Kann man auf jeden Fall so machen gegen Bielefeld. Auch für Sieb nochmal sehr, sehr gut. Nochmal zwei Buden gemacht. Ist jetzt bei 10 die Saison. Scherke mit dem Tor. Auch für ihn gut. Zwei Vorlagen von Damsgaard. Und Salazar mit der 2,0 und unserem besten Spieler gerade. In diesem Spiel wird auch Spieler des Spiels geworden sein, weil keiner eine bessere Note hatte. Wir waren absolut gut. Besser. Wir Bayern spielen unentschieden. Das ist gut. Das heißt, wir sind nur noch fünf Punkte weg vom vierten Platz. Die Bayern patzen momentan ein bisschen, ne. Da können wir vielleicht drauf aufbauen. Ich meine, die haben gegen uns schon eine harte Klatsche bekommen. Vielleicht hat denen das so ein bisschen in den Dämpfer verpasst. Fände ich ja schön. Fortlecht einer der besten Spieler der Liga. Der rettet uns die Saison auf jeden Fall mehr als einmal, glaube ich, den Arsch. Und wird uns auch noch ein paar Mal den Arsch retten. Und Fairness wird besser. Wir kassieren wenig Karten. Das ist sehr, sehr schön. Guter Spieltag. 3-0 gewonnen. Drei Punkte für uns. Was will man mehr? Keine Karten kassiert. Keine Verletzungen. Let's go. Easy 22. Spieltag. 2-1 gewonnen gegen Leverkusen. Scherke hier mit einer 1,0. Der ist reingekommen. Wenn der jetzt hier so richtig aus sich rauskommt nochmal, wäre auch richtig schön. Oh, wir waren ja die um einiges bessere Mannschaft gegen Leverkusen hier. Die hatten auch einen Verletzten. Wir zum Glück wieder keinen. Ich hoffe, unsere Verletzungszeit ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, also wir haben Leverkusen auf jeden Fall hart dominiert. Bedeutet für uns immer noch fünfter Platz. Aber drei Punkte ran. War sehr wichtig hier zu gewinnen. Gegen jenen, der hier oben drin ist, zu gewinnen ist Gold wert. Drei Punkte sind wir noch weg. Also wir haben es schon mal halbiert, der Abstand, den wir hatten, auf den vierten Platz. Sehr, sehr schön. Drittbeste Mannschaft heute gewesen. Sieb oben mit dabei. Hat aber heute nicht getroffen. Leider. Ja, Verletzungen haben wir momentan nichts mit zu tun. Wir sind 15. in der Fairness. Wir werden immer fairer. Dadurch, dass die anderen halt unfair sind. Oder immer weiter Karten kassieren. Wir kassieren echt sehr wenige. Für unsere bisherigen Saisonverhältnisse. Heute mal eine gelbe Karte ist aber okay. Ja, ja. Guter Spieltag für uns. Nehmen wir mit. Ja, was für eine Mannschaftsleistung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir so eine Mannschaftsleistung hier bringen müssen, um im Pokal weiterzukommen. War sehr gut. Von unserer Mannschaft. 2-0 gewonnen gegen Union. Kann sich sehr, sehr gut sehen lassen. Die Bayern sind schon wieder rausgeflogen aus dem Pokal. Gegen die Erde. Köln gewinnt gegen Gladbach. Torschützen können wir nicht so mit dienen. Gucken wir uns an den nächsten Gegner an den Pokal. Mal gucken, ob wir da vielleicht... Oh, ist eine Brücke, ne? Gehen wir Köln. Wir kriegen Hoffenheim. Hoffenheim ist auch Durbel auf jeden Fall. Die sind 10. Machen wir weg. Mann! Naja, beide Defensiven, beide haben ihre Spieler des Spiels in der Defensive. Offensive hat nicht so viel hinbekommen, auf beiden Seiten aber. Das sieht man hier auch. Es war ultra ausgeglichen, das Game. Wir hatten halt ein bisschen mehr Ballbesitz, aber alles in allem war es sehr ausgeglichen, das Spiel. Kann man auf jeden Fall so machen. Ist halt bitter für uns, nochmal Punkte liegen gelassen zu haben. Gerade aufgrund dessen, dass jetzt Leverkusen wieder gewonnen hat und jetzt wieder 5 Punkte weg ist. Auf uns, wir hätten da echt nochmal rankommen können jetzt. Also einfach den Abstand halten können, ne? Von 3 Punkten. Sehr, sehr, sehr bitter hier unentschieden zu spielen. 24. Spieltag, 4-0 gewonnen gegen Gladbach. Sehr, sehr stark. Hefti mit dem Tor und auch eine 1,0. Also der war heute wirklich überragend. Bistar mit einer 1,5. Zwei Tore, eine Vorlage. Salazar mit einem Tor, eine Vorlage. Und Sanawel mit einer Vorlage. Also heute lief alles um den Sturm herum. Gar kein Problem gewesen, dass unsere Stürmer nichts gerissen haben. Letzten auf Seiten von Gladbach. Okay, Leverkusen hat verloren. Wir sind zwei Punkte weg. Überleg mal, wir hätten jetzt, wir wären punktgleich, wenn wir das letzte Spiel nicht unentschieden gespielt hätten. Meh. Aber wir kommen immer weiter ran, ne? Und setzen uns gleichzeitig immer weiter ab, irgendwie vom sechsten Platz. Also machen sie uns hier sehr gemütlich auf Platz 5. Also, Bardo Bistar in der Mannschaft des Tages. Genauso wie Hefti und unser Nahuel. Sehr, sehr, sehr cool. Bardo Bistar, zentraler Mittelfeldspieler, heute bester Torschütze des Spieltags. Sagt schon viel. Zweitbeste Mannschaft heute gewesen. Sieb ist immer noch hier oben. Aber irgendwie treffen, bei uns treffen halt super viele. Deswegen haben wir wieder nicht so den einen, der heraussticht, sondern eher viele. Finde ich aber gut. Besser so und Erfolg, als dass wir nur einen haben, der trifft. Aber dann allgemein die Spiele halt einfach nicht gewinnen. Finde ich sehr schön so. Ah, wir hatten eine gelb-rote Karte bei Sieb. Wann? 66. Minute. Da, wo die dann noch die Tore gemacht haben. Oh, ist doch nicht wahr. Klar, mit einer gelb-roten Karte ist es dann natürlich schwierig. Wir waren jetzt auch nicht so überragend. Also gerade hier so unser Czerk, der reingekommen ist, der hat nicht ganz so gut gespielt. Einige haben sehr gut gespielt, ne? Also so, ne, Salazar und so. Die haben es wenigstens versucht. Aber es ist halt, die gelb-rote Karte ist halt eine absolute Tragödie. Naja, 3-2 verloren. Erstes Spiel gegen Porto, sehr unglücklich. Mit der gelb-roten Karte. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir es im Rückspiel besser machen. Rückspiel ist ja dann noch heim. Das heißt, da können wir wieder zeigen, was wir für eine Macht sind. Einfach am 25. Spieltag 4-1 gewonnen. Dankeschön für diese rote Karte, Dominguez. In der 46. Minute. Man kann sagen, das hat uns das Game, glaube ich, gewonnen. Die rote Karte. Sehr, sehr, sehr schön. Czerki mit dem Tor, Gutierrez mit dem Tor, Demir und auch Sieb mit Toren. Czerki heute unser bester Mann gewesen mit einer 1,5. Auch Spieler des Spiels geworden. Fünfter Platz für uns. Zwei Punkte weg vom vierten. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, da hochzukommen. Und ja, wie sich Salazar entwickelt hat, ist einfach nur strong. Sehr strong. Schade, dass Salazar keine gute Führungsqualität hat. Und auch so sich in der Mannschaft nicht so führungsmäßig einbringt. Weil den hätte ich schon gerne als Kapitän gehabt, muss ich sagen. Aber dafür züchte ich mir jetzt gerade Potlach als Kapitän. Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber ja, Salazar, super. Leider hat er keinen achten Talentstern bekommen. Das heißt, er ist so ein bisschen limitiert auf dieses Sieben-Sterne-Talent. Macht jetzt schon nicht mehr so viel Fortschritt. Aber trotzdem, 87 reicht ja vollkommen, um den einzusetzen. Bistar und auch Czerki in der Mannschaft des Tages. Fünfter sind wir heute gewesen. Sieb hat heute getroffen. Elf Tore hat er gemacht. Leider nicht mehr in der Top 10. Dafür muss er ein bisschen mehr treffen. Noch Potlach. Ah, ist doch so gut, ey. So gut. Come on. Let's go. Nochmal für das Stück mehr gehen und dann sich schön den neunten Talentstern holen. Fairness 13. Wir sind unterwegs Richtung Mittelfeld. Es wird, es wird, es wird. Wir hatten schon wieder eine gelb-rote Karte. Klara, Junge. Weil du willst doch einfach nicht, ne? Auf jeden Fall. Tor von Bistar. Tor von Sieb. Tor von Klara. Trotz gelb-roter Karte. Salazar mit einer Vorlage. Damskab mit einer Vorlage. Und auch Demir mit einer Vorlage. 3-1 gewonnen gegen Wolfsburg. Wunderschön. Ja, wir haben sehr gut gespielt. Ausgeglichen eigentlich mit Wolfsburg. Ein bisschen mehr Ballbesitz. Ballbesitz ist bei uns echt sehr strong. Aber Chancen hatten wir nicht sonderlich viel. Wir hatten mehr Schüsse aufs Tor. Zeig, sind mehr reingegangen. Wunderschön. Chancenverwertung ist ganz gut, ne? Ist ganz okay. Potlach hat nochmal ein bisschen was in seinem Notendurchschnitt, glaube ich, gemacht. Ja, 2,5 ist gut. Und Sieb hat nochmal getroffen. Hat jetzt 12 Tore und ist wieder in der Top 10 der Torschützen. Ist das gut? Der Spieltag alles in allem? Sehr gut. Aber wir sind wieder ein bisschen unfairer geworden durch die gelb-rote Karte. Das ist irgendwie diese Saison nicht so unser Ding. Fairness. Ist egal. Wir brauchen das schon. Wir haben es fast nochmal geschafft, das zu drehen. Kopic mit zwei Toren. Hat nochmal ein richtig gutes Game gemacht. Schade, schade, schade. Aber guck dich das an, ja. Diego, Diego, äh, Diogo Costa einfach schon wieder mit einer 1,0 gegen uns, ne? Acht Torschütze hatten wir. Zwei davon sind reingegangen, ey. Sad life. Sad fucking life. Da sind wir aus der Champions League auch schon wieder raus, ey. Was ein verdammter Dreck. Am Achtelfinale ist über unseren Zielen gewesen. Ärgert mich trotzdem. Porto war, glaube ich, mit einer der machbarsten Mannschaften, die wir hatten in der Champions League. Und das kriegen wir nicht hin, weil wir strugglen in beiden Games. Und das erste Game gelb-rote Karte bekommen und das zweite Game, jetzt hat es leider nicht gereicht. Ach. Absolut ärgerlich. Let's fucking, wir haben schon wieder eine gelb-rote Karte. Was ist denn auf einmal los? Jetzt wird ja mal wild hier. Disziplin perfekt und wir kriegen auf einmal nur noch gelb-rote Karten, oder was? Ah. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Also alles gut. Tore von Luca und von Sieb. Zwei Vorlagen, Demir, sehr, sehr cool. Kein Verletzter, aber trotzdem wieder zwei gelbe, drei gelbe Karten und eine gelbe-rote. Weiß nicht, was mit dieser Mannschaft los ist. Dortmund und Leverkusen spielen unentschieden. Also, die haben ja gegeneinander gespielt, natürlich. Hilft uns sehr. Fünf Punkte nur noch auf den dritten Platz und gleich auf mit dem vierten Platz. Und gleichzeitig aber jede Menge Platz zwischen uns und dem sechsten Platz und alles, was da drunter kommt. Elfter heute gewesen. So, Statistik ist halt, wir haben niemanden wirklich. Obwohl doch, Luca ist unter den Top-Tor-Schützen. Gesehen, Sieb hat heute wieder getroffen. 13 Tore. Achter Platz für ihn. Kommt langsam ein bisschen ran, ne? Also, wenn er es noch dreimal trifft, dann wäre er sogar zweiter. Also, es ist gar nicht mehr so viel zwischen. Nur, als zu Gnabry ist noch eine ganze Weile hin. Salazar noch zwei Tage verletzt. Das ist aber kein großes Problem. Wir sind 16. auf der Fairness-Liste. Mit neun Punkten schon echt gut dabei, diese Saison. Da hat er Bock. Der hat dieses Jahr richtig Bock zu treten. Sein vergönnt. Ach, Mann. Weißt du, ausgerechnet im Pokal. In der Liga spielen wir gerade so gut. In dem Pokal kriegen wir nichts hin, Mann. Ja, ich und der DFB-Pokal, das gehört einfach nicht zusammen, ne? Einfach nein. 59. Minute. Pätzen, Dakar. Köln gewinnt 4-0 gegen Bremen. Dortmund gewinnt und Frankfurt gewinnt. Ey, ich könnte kotzen schon wieder. Ich hasse es. Naja. Wir machen das schon irgendwann. Puh. Da sind wir doch wieder. 3-0. Die hatten eine rote Karte. Ist mir vollkommen egal. Czerki mit dem Tor. Matondo mit dem Tor. Kopic mit dem Tor in der Vorlage. Damsgat mit einer Vorlage. Gelbe Karten haben wir auch wieder gehabt. Ist aber egal jetzt. Wir waren die um einiges überlegendere Mannschaft. Aber wir hatten halt nur drei Schüsse aufs Tor und drei sind reingegangen. Präzision. Sehr, sehr cool, ey. Heißt für uns, vierter Platz, weil Leverkusen verloren hat. Leipzig hat auch verloren. Das heißt, selbst auf den dritten Platz sind wir jetzt gerade nochmal auf vier Punkte ran. Also kann man mal bitte hervorheben, was wir momentan für eine krasse Phase haben. Sehr heftig. Wir holen unnormal an Punkten auf. Mannschaft der Woche. Czerki, Matondo. Aber Kopic und Matondo unter den besten Torschützen. Sechs beste Mannschaft gewesen. Sieb leider heute nicht getroffen. Hat ja auch nicht gespielt. Kopic aber dafür mit dem Tor. Podlech ist bei 2-6-5 in der Liga. Müssen wir mal gucken. Wir sind einfach die fucking fast unfairste Mannschaft der Liga. Es ist so Wahnsinn. Treter-Truppe. Geile Scheiße. Zwar drei gelbe Karten wieder kassiert. Da werden wieder ordentlich Strafen gezahlt. Salazar, bester Mann heute. Demir auch mit dem Tor. Salazar hat getroffen. Wir werden absolut überlegen. Darmesgarten verletzt für vier Tage. Ist okay. Ergebnisse sonst. Ja, Wolfsburg hat uns absolut geholfen. Gerade mit dem Sieg gegen Leverkusen. Dadurch haben die keine Punkte gemacht. Und wir sind jetzt sechs Punkte weg vom fünften Platz. Und können uns hier so ein bisschen etablieren auf der vier. Wunderschön. Chancenverwertung ist auch wieder besser geworden. Das ist auch wunderbar. Salazar in der Mannschaft der Woche. Für ihn freut mich das riesig. Gerade wenn er wieder öfter nicht spielen konnte. Ich glaube, unserem Team ist nicht so ganz bewusst, dass man nicht gleich ziehen muss. Oder? Mit Fairness-Punkten und Liga-Punkten. Ist ja wild. Leipzig ist ja auch ziemlich schwer. Aber wir waren auch einfach nicht gut, Mann. Einfach auch schon wieder nicht gut gewesen. Sehr ausgeglichen. Unentschieden ist auf jeden Fall hier, finde ich, verdient. Mit dem gewissen Mühe mehr hätten wir das auch gewinnen können. Natürlich, wenn wir ein bisschen besser gespielt hätten. Also alle waren aber wirklich sehr ausgeglichen. Wir waren halt echt schlecht. Leipzig dafür recht okay. Boah, Salazar, Mann. Warum bist denn du schon so alt, Mann? Das wäre so safe. Safe. Ein höheres Talent für ihn. Diese Saison. Wir sind Dritter. Leipzig hat 3-0 gegen Bayern. Oh, Bayern. Ihr seid einfach. Einfach, ne? Bayern und ich sind so hier. Ne? Verstehen wir. Geil. Dritter. Die Bayern. Da holen sie uns einfach den dritten Platz. Indem sie die Leipziger einfach wegmachen. Bistar und Salazar. Beide mit einer 1,0. Bistar eine Vorlage. Salazar zwei Vorlagen. Darmstadt zwei Tore. Dem hier ein Tor. Geiles Game von uns, ey. Warum kriegen wir das nicht gegen so andere Mannschaften? Ja, der hat sich sogar verletzt, der Junge. Unser Nahuel. Ja, sechs Tage ist okay. Das sind alles so kurze Verletzungen, die sind verkraftbar. Fünf Punkte sind wir noch weg. Rechnerig. Wenn Dortmund alles verliert, ist der zweite Platz drinnen. Sehr unwahrscheinlich. Aber wir gucken mal, ja. In der Mannschaft der Woche hatten wir heute Darmstadt, Salazar, Bistar und unseren guten Ben Cech. Drittbester Torschütze Darmstadt. Und wir waren heute die beste Mannschaft. Schon länger nicht mehr gesehen. Salazar, gerade Notenbester Spieler der Liga. Salazar auf jeden Fall gut dabei. Wenn man halt nur die Stammspieler nimmt, da ist, glaube ich, keiner von uns dabei. Also gut 31 Games. Wenn man jetzt von 30 ausgeht, ist okay. Fairness, Gewinn war nix. Meisterprognose gibt es hier für die Bayern. Und, ja, Dortmund, ja, es wird noch vorausgesagt, dass wir ja noch auf den vierten Platz droppen. Wir spielen gegen Hertha, wir spielen gegen Union und wir spielen gegen die Bayern. Wird tatsächlich 1-1 gegen die Bayern getippt hier. 1 gegen Berlin, 2-1 gegen Union. Ja, da machen wir besser. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unnötiges Unentschieden. Gegnerrichter Torwart, schon wieder mit einer 1, ich meine, das ist Rejkovic, ne. Ich meine, hallo, Rejkovic. Aber schon wieder mit einer 1,5. Ah, die retten denen immer so den Arsch, ne. Das ist unglaublich. Aber wir sind vierter. Leverkusen ist noch vier Punkte weg. Ist theoretisch noch möglich, dass sie uns einholen, wenn wir jetzt zweimal patzen. Aber ich hoffe ja, dass wir zumindest gegen Union gewinnen und dadurch halt den vierten Platz sichern. Mannschaft der Woche Demir und Salazar. Also wir waren, grundlegend hatten wir ein paar Leute, die gut dabei waren. Aber es hat einfach nicht gereicht für die Hertha, ne. Auf- und Abwertung wird auch nochmal interessant. Und schon wieder eine gelb-rote Karte, ne. Oh. Die Mannschaft macht mich, sie macht mich echt wahnsinnig. Sie macht mich wahnsinnig in dieser Saison. Ich hab die Strafen doch schon auf extrem. Meine Güte. Wir gewinnen 5-2 gegen Union Berlin. Tore von Bisda, von Damsga, Demir und zwei von Sieb. Sehr, sehr schön. Vorlagen gab's auch. Mallow, Demir und von Sieb. Sehr schönes Spiel. Keiner verletzt bei uns. Trotzdem wieder eine gelb-rote Karte. Und wir sammeln immer weiter und immer weiter und immer weiter Punkte. Mannschaft der Woche haben wir nur Bisda dabei. Aber der hat, boah, so eine gute Saison gespielt. Ich bin so zufrieden mit dem. Echt gut. Fünfter Platz heute belegt in der Leistung. Sieb hat zweimal getroffen. Ist damit sechster bei den Torschützen. Also der hat ganz gut gespielt, die Saison, definitiv. Podlech hat leider so ein bisschen nachgelassen, so die letzten paar Spiele, ne. Eine Talenterhöhung würde ich bei ihm aber trotzdem fühlen. Ja, ne, war, letzter Spieltag war mal so das Normale gegen die Bayern, ne. Wie es dann normal aussieht. Wenn man nicht absolut das eigene Game aus 400 Millionen hat, wo man gegen die Bayern gewinnt, dann voll aufs Maul bekommen. Gar keine Chance gehabt gegen die Bayern. Naja, machst du nix. Letzte Game, wir haben genau 69 Punkte. Saison beendet. Vierter Platz wieder. Drei Saisons hintereinander auf dem vierten. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Absolut zufrieden. Also drei Seasons hintereinander mit Schalke hier auf dem vierten Platz zu sein. Ist gut. Ist gut. Wir können uns langsam aber sicher aufbauen. Immer mehr, immer besser. Immer mehr Talente. Immer mehr Stärke und so. Und wir wachsen ja jede Saison auch, was die Stärke angeht, extrem. Irgendwann kommt dann der Sprung, dass wir in der Lage sind, wirklich dann auch oben mitzumischen. Aber so, sehr gut. Auf und Abwertung. War natürlich wieder schnell, ne. Habe ich eben noch von dem hier gesprochen, ne. Dass er sich so langsam aber sicher zu einem Monster entwickelt. Ja, Fährmann, zu wenig Spielpraxis. Beendet eh seine Karriere. Ist okay. Hier gibt es kurzer Pass plus fünf, aber dafür fünf Kopfball. Anpassung, ne. Hier gibt es auch nochmal Kopfball runter. Zwei Punkte für Sieb obendrauf. Gareth Bale wendet seine Karriere. Heftig Konstanz. Keller. Eins abgezogen. Ist nicht so gut. Kopfball runter. Gutierrez, den Stärkepunkt obendrauf. Ist okay. Defensives Stellungspiel. Demir plus zwei. Von einer 84 auf eine 86. So ein Riesensprung nochmal. Kopfball runter für Bistar. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, warum der eins runter... Also warum der in irgendeiner Art und Weise abgewertet wird. Aber naja. Was hat der für eine Durchschnitt? 2,79. Bisschen schlechter als letzte Season. Hier gibt es einen Stärkepunkt runter. Wenn er mitbekommt, Kopfball runter. Hier gibt es einen Stärkepunkt und defensives Stellungspiel obendrauf. Für unseren Lars. Für Jackie gibt es auch einen Stärkepunkt obendrauf. Und Kopitsch bekommt einen Stärkepunkt obendrauf. Aber Kopfball runter. Ja, dadurch bleibt er einfach bei der gleichen Grundstärke. Was soll denn das, ey? Meisterschaft geht an Borussia Dortmund dieses Jahr. Freiburg, Überraschungsmannschaft Stuttgart, am enttäuschendsten. Gnabry ist Torschützenkönig geworden. Und Bornau ist bester Spieler geworden. Torschützen haben wir nicht dabei. Potleic ist aber drittbester Torwart geworden der Liga. Nürnberg kommt aus der zweiten Liga nach oben. Und Hansa Rostock kommt aus der dritten Liga nach oben. Dafür geht Lautern runter. Und auch Stuttgart geht runter. Boah. Fährmann für sein Lebenswerk. 267 Spiele für den FC Schalke 04. Legende, Junge. Beendet heute seine Karriere. Oder generell die Saison jetzt seiner Karriere. Wir konnten leider, durften irgendwie kein Abschiedsspiel machen. Keine Ahnung warum. Sieb mit den meisten Toren in der Saison. Salazar mit dem generell besten Notendurchschnitt. Meiste Trikots verkauft. 25.000 von Bista. Siebenmal Spieler des Spiels geworden. Salazar auch am meisten. Sehr gut. Also Saisonübergang. Wir haben ein Finanzergebnis von knapp 75 Millionen erwirtschaftet. Das ist okay. 75 Millionen plus. Dafür, dass wir so viel gebaut haben und so, ist das super. Stadion war voll gar nicht ausgelastet. Irgendwie haben wir echt sehr stadionmäßig gelitten die Saison. Ich weiß gar nicht warum. Naja, müssen wir mal in der nächsten Saison gucken, wie das aussieht. Wir waren vierter. Internationaler Wettbewerb ist wieder das Ziel gewesen. Aber haben wir vollkommen erreicht. Wir sind im DFB-Pokal Viertelfinale ausgeschieden. Wir sind im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Das ist aber okay. Salazar, bester Notendurchschnitt. Sieb, meiste Tore geschossen. Meiste Vorlagen, Salazar auch. Ja, Budgets sollten alle eingehalten worden sein. Da sind wir eigentlich nie großartig drüber. Hier haben wir niemanden, richtig. Der effektivste war übrigens Mokoko. Der rasiert bei den Bayern richtig durch. Nice. Freut mich ja irgendwie gar nicht. Die unfairste Mannschaft waren wir. Und Saisonanalyse. Wooo, ich habe den Ton gemütet. Zuschauerschnitt ein bisschen verschlechtert. Aber sonst haben wir echt... Also wir hatten eine echt super Saison, wie ich finde. Es kommt einem so vor, als würden wir momentan ein bisschen auf der Stelle treten. Da wir halt jetzt schon die dritte Saison in Folge vierter geworden sind. Aber man muss halt auch überlegen, was wir alles gemacht haben in den Saisons. Und wie sehr sich unsere Mannschaft eigentlich durchgehend weiterentwickelt. Und vor allen Dingen auch, wie zukunftsfähig unsere Mannschaft mittlerweile ist. Deswegen, ich finde das schon... Also es ist... Wir machen jede Saison so ein bisschen Fortschritt. Und auch infrastrukturmäßig haben wir so viel zugelegt diese Saison. Wir haben so viel Geld ausgegeben für unsere Infrastruktur. Wir machen echt einen wahnsinnigen Fortschritt. Vierter. Wir bekommen echt viel, viel, viel Geld. Saisonszusammenfassung. Die Champions League hat gewonnen. Liverpool Euroleague gewonnen hat. Manchester United Supercup hatte gewonnen. Atletico Madrid und Klub-Weltmeisterschaft der AC Mailand. Wir können gerade mal kurz hier drüber gucken. England ist Liverpool Meister geworden. Arsenal Vizemeister. Liverpool hat auch den... Oh, Liverpool, junger Triple. Junge, Alter. Liverpool rasiert richtig rein. Wir haben einfach Triple geholt. Meister Pokal und Liga Pokal und Champions League. Also eigentlich haben die alles geholt. Kann man mal machen. Jürgen Klopp? Ja, Jürgen Klopp immer noch. Warum kannst du das nicht mit Deutschland? Warum fliegst du da raus so früh? Sollen das? Marseille ist tatsächlich in Frankreich Meister geworden. Sehr cool. Lille hat den Pokal geholt. Italien hat AC Mailand die Meisterschaft geholt und auch den Pokal. In Spanien ist Barcelona Meister geworden und Sevilla hat den Pokal geholt. Also Liverpool kann man schon davon sprechen, dass das deren Saison war. Alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Wir haben immer noch... Boah, 280 Punkte haben wir. Das ist echt viel. Europas Top 11 war immer noch nicht so vertreten. Kommt noch. ... ...